Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid. Wir schauen uns in den nächsten fünf Minuten das Thema Native Advertising im programmatischen Bereich an. Und dazu habe ich meine liebe Kollegin Jessie bei mir. Hi. Jessie ist bei uns aus dem programmatischen Team und dort auch die Native-Expertin. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Liebe Jessie, welchen Stellenwert hat Native Advertising in Deutschland und welche Vorteile gibt es dabei? Also Native Advertising hat sich in den letzten fünf Jahren tatsächlich schon stark weiterentwickelt in Europa. Dennoch ist es so, wenn man nach UK oder auch in die USA schaut, ist der Anteil in Deutschland echt noch gering. Daher geht auch der IAB und E-Marketer von einem sehr großen Wachstum in den nächsten fünf Jahren aus. Wir erwarten weltweit 370 Prozent und in Deutschland sogar 470 Prozent Wachstum. Gründe dafür sind sicherlich auch die, die immer wieder aus Nutzersicht genannt werden. Das sind eben, wie eine Studie besagt, der Association of Online Publisher Gründe, wie das Native Ads deutlich interessanter wahrgenommen werden. Und vor allen Dingen auch die User den Native Ads mehr vertrauen. 33 Prozent sogar. Auch der IAB macht seine Umfragen und die haben eben das auch bestätigt. Deutlich interessanter die Native Ads und vor allen Dingen weniger nervig. Das klingt sehr spannend. Was bietet denn die IQ Digital im Bereich Premium Native Advertising und gibt es vielleicht sogar einen Best Case, den du uns nennen kannst? Ja, also wir sind vor zwei Jahren mit dem Premium PMP Native Bereich gestartet. Wir nutzen dafür die SSP von TripleLift, denn die haben sich genau darauf spezialisiert. Wir haben da Premium Placements im sichtbaren Bereich, die dann wiederum durch das dynamische Templating von TripleLift automatisch perfekt in jede Website integriert werden. Das heißt, das passt auch immer zum Look and Feel. Der Native Anteil ist zwar immer noch recht gering bei uns im Portfolio, dennoch haben wir auch Best Cases und unter anderem einer unserer jahrelangen Top Consumer Electronics Kunden hat uns das auch bestätigt, dass sie durch die Integration von Native in ihre Standard Awareness Kampagnen ihre Performance deutlich verbessern konnten. Und da sprechen wir jetzt von ein bis zwei Euro CPC und fünf bis zehn Prozent bessere Klick-Through-Rates. Also das ist auf jeden Fall der richtige Weg, den wir hier gehen. Und wir können empfehlen, dass alle Native in ihre Awareness Kampagnen integrieren sollten. Das heißt, ich höre heraus, dass du noch sehr viel mehr Potenzial im Bereich Native Advertising siehst. Was denkst du, sind denn die Hürden? Und gibt es vielleicht auch eine große Chance, die du darin siehst? Ja, also ich hatte ja schon erwähnt, dass das Native Premium Inventar tatsächlich noch recht begrenzt ist. Jetzt sind Advertiser gewöhnt, ihre Targetings, ihre Brand Safety, Capping-Einstellungen etc. zu hinterlegen in den DSPs. Das führt dann dazu, dass extrem wenig Reichweite da ist. Deshalb da die Empfehlung einfach, vielleicht diese Einstellung etwas zu reduzieren und stattdessen einfach über die Performance letztendlich die Kampagnen zu optimieren. Hürden gibt es tatsächlich überhaupt keine. Also man braucht keine special native DSP. Man kann seine Standard-DSP nutzen. Es ist kinderleicht, ein Native Ad zu erstellen. Also man braucht letztendlich ein Bild, ein Logo, einen kleinen Text und eine URL. Fertig ist das Werbemittel. Falls man dennoch Unterstützung braucht, bietet auch Triple Lift Unterstützung an. Und wir haben Activation Guides für alle gängigen DSPs, die man dann Step by Step erklärt bekommt, wie man das Werbemittel erstellt. Die durchschnittliche CTR auf so einem klassischen Image Native Ad liegt bei 0,46%. Das ist tatsächlich höher als die meisten Display-Werbemittel. Worin ich jetzt die größten Potenziale sehe, sind aber auch die anderen nativen Formate, die wir anbieten. Das ist zum Beispiel das Cinema Graph Ad oder auch das Branded Video. Hier kann man einen 38-prozentigen Brand Awareness Boost oder auch doppelt so hohe Sichtbarkeitswerte erreichen. Also ich würde sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Wunderbar. Vielen lieben Dank für den tollen Einblick in das Thema. Gerne. Wir sagen jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und noch ganz viel Spaß bei der Guidance-Konferenz. Wenn ihr aber noch mehr über das Thema erfahren möchtet, dann wendet euch gerne an Jessie direkt oder an programmatic.iqdigital.de. Vielen Dank.